macht eure handys lautlos karte kassavich hat ein neues besiegel gepostet man sieht deinen roten armen ist das sissi's merch? jo Leute was geht ab heute wieder ein neues video das ist kein micro von das ist licht alles klar hallo ipims vom besitzer des kanalen bisher jo Leute was geht ab willkommen zurück zu einem neuen video heute hallo ich hoffe ich bin gespannt ob ich fast gar nicht was sagen wollte genau genau ja kannst du mal anfangen geräusche zu machen sie geht sich durch die haare und dann kommt ja Leute was geht ab wieder zurück zu einem neuen video von mir einfach charlie ihr seid auf meinem kanal ihr wisst bescheid heute drehe ich eine challenge mit zwei weiteren youtuber und wir wollen heute zu dritt eine challenge drehen die nennt sich ja nein nicht und welches was noch? m nehmen wir m? ne das nur ja dann nehme ich es erst mal das ist schwer ja findest du? ja verloren und jetzt kommen die nein ja ok warte 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 wir machen heute zu dritt wir machen jetzt heute jetzt heute ist das so? wir machen heute wir machen zu dritt die wir machen zu dritt die ja nein nicht challenge mit jetzt was gehts? was gehts? ja ich bin Felix ich bin Sisi hi genau E-Mails Sisi also charlie bist du bereit immer wie gehts dir heute? das muss kein zählen wie gehts gut und wie gehts dir? ok bist du glücklich mit deiner freundin? ich war noch nicht glücklicher Das ist die Beine. Ihr könnt mich nicht faken. Ihr könnt mich nicht faken. Ihr könnt mich nicht faken. Bist du dir sicher? 100% Was hast du heute so gemacht? Ich hab trainiert. Was hast du trainiert? Für das Video. Ihr könnt mich nicht faken. Hast du dir unempathete Farbenklub? Der war unter anderem auch mit dabei. Und fandest du das Video unterhaltsam? Deshalb mache ich gleich jetzt nach. Okay, und rechnest du mit einem positiven Feedback? Ich gehe mal stark davon aus. Bist du dir sicher, dass du die Challenge gewinnst? Ich werde sieben. Hast du heute schon dein Akku gelegen? Immer wieder mal. Echt? Ja, eben hast du gesagt, du hast kein Akku mehr. Das stimmt. Hast du jetzt viel Akku? Das würde ich jetzt so abstreiten. Entschuldigung, noch im iPhone 7 zu Hause. Möchtest du das geschenkt haben? Geschenkt bist du mal gut. Das ist mein Ernst. Ihr könnt mich nicht faken. Ihr könnt mich nicht faken. Kapitäniert. Hast du eigentlich dein Gesicht gebraucht? Ich hab geduscht. Man sagt, dass du dich fünf Tage nicht mehr gelutscht hast. Ist da was dran? Ein Tag. Man sagt aber fünf Tage. Das ist gelungen. Hast du dich am Sissi hochgelutscht? Immer. Immer. Jedes Mal. Einfach immer. Deshalb heiße ich auch einfach Charlie. Wie ist es, nur Fans von Sissi zu haben? Was nochmal? Wie ist es, nur Fans von Sissi zu haben? Nur Fans von Sissi? Ja. Das ist schon cool. Die liken alle. Liebst du deine Fans? Ne, ich hasse sie eigentlich. Ich kann mich nicht picken. Ne. Und jetzt wollt ihr gegen mich gewinnen. Ich verliere. Das glaub ich. Ich verliere. Ich hab nur noch gar nennen. Nennen. Ach komm, wir heitern ihn auf und tropfen das Ei auf. Gack, 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 gack. Nennen, nennen. Okay, ich hätte jetzt schon verloren. Was hat Mike gesagt? Es geht auch gar nicht los. Geht nicht los? Warum bin ich so freilich, so freilich, so freilich? So Felix, bist du aufgeregt? Immer. Stehst du gerne vor der Kamera? Auch immer. Warst du bei den Lieblings dieses Jahr? Nur Sonntag nicht. Hast du schon gesagt, wir werden gucken? Scheiße. Nicht, ich scheiße. Shit. Warte, schnell mal, Malou. Warte, stopp, stopp, stopp. Ist das dein Handy? Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß, sondern... Komm weg mit dir. Das klingt doch gar nicht los. Es geht dauerhaft los. Nein, das klingt doch nicht los. Komm schon wieder rein. Scheiße. Runde 2, los geht's. Hast du Durst? Ich hab vorhin gut getrunken. Möchtest du jetzt nicht so kaltes Energy? Ich hab keine Energy hier. Und wenn ich dich empfangen würde, würdest du es dann annehmen? Dann würde ich es annehmen. Und wenn ich dir kein Zohle? Dann hab ich Pech. Ich kann das auch nicht angucken. Warte, ich hab grad irgendwas im Kopf. So, warte, kann ich was? Gehörn? Sie lachen. Sie lachen. Man wunkelt, Jadis und Fuß für dich. Stimmt das? Heißt sich Shanti? Ist man eigentlich glücklich mit der Situation? Kommt drauf. YouTube, welche Situation du willst? Also YouTube und Instagram und so sind Social Medien. Sonst würde ich das... Aufgeben. Wenn das... Abwege. Warum? Macht ihr das... Wegen dem Spaß oder wegen dem Fame? Es ist halt... Ich... Weiß es nicht. Felix, nicht. Du weißt es nicht. Wir haben dich. Ich verkack sowieso wieder. Hallo Felix, da bist du ja wieder. Hi, ich bin gleich wieder weg. Wie geht's dir heute? Mir geht's sehr gut. Bist du glücklich mit deiner Freundin? Was soll das? Tag für Tag. Immer. Mehr oder weniger. Mehr. Nee, weil das hat sich gerade zu komisch angehört. Achso. Ja. Ja. Shit, ich wollte einen Satz noch hinzufügen, aber dann... Ja. Schwöre. Mach, wie viel Prozent hast du? Das war echt blöd. 48% darf ich meine Handy jetzt laden? Eventuell. Sie hat auch gepasst. Okay. Man findest du nicht die Jacke, die ist schwarz zu renig. Abgeschnitten, du musst zurück. Genau. Genau. Genau kann man sagen. Sie passt auf, aber sie verlieren. Gegen mich. Ich denke drüber nach. Das war knapp. Knappe Sache. Du hältst dich ganz schön tapfer, ne? Da ist was dran. Wo ist was dran? Für mich. Für mich. Hast du die Haarfarbe von der? Oder ist das eine andere? Ist das eine andere? Ey, Malle wird brutal, oder? Könnte sein. Und wenn nicht? Dann wäre das uncool. Findest du. Fliegen wir oder fahren wir? Wir fliegen. Mit dem Flugzeug? Mit dem Flugzeug. Privatjet. Lufthansa. Helikopter. Helikopter. Hast du mal einen Akkab mitnehmen? Hast du einen Helikopter gekauft? Ja. Ja. Schatz! Schatz! So, nicht, aber auch. So, Charly. Schönen Pulli hast du da an. Der ist neu. Seit wann hast du den denn? Seit... Freitag. Bist du zufrieden damit? Der Held, das ist was er verspricht. Sieg auch gut oder aufsteht ihr? Dankeschön. Ist der aus Marburg? Ich hab den in Marburg gekauft, aber... Keine Ahnung, wo der hergestellt wurde. Und das ist auch deine Größe? N. Und da bist du dir sicher? Sicher. Okay. Sind deine Augenbrauen eigentlich real? Die sind sowas von real. Bist du dir sicher? Hätt dir gesehen gemacht. Das kann man sich... ...bildlich... ...vorstellen. Gehst du jetzt mit Donalds? Wenn du da bist. Gehst du gerne Döner? Ist Lecker Eck dein Lieblingsdöner? Der zweite. Und welcher ist dein erster? Mr. King. Und da stehst du vollkommen hinter? Meistens davor. Was ist das Beste, was es da gibt? Was gibt's zu? Döner Teller? Aber Currywurst Pommes nicht, oder? Gibt's da. Auf der Karte... Ähm... Nie. Bist auf das Kabel auf. Achso, es ist draußen. Okay, gut. Ist das deine Adekabel? Meins? Scheiße, ich dachte, der Lecker ist so frei. Hey, dein Fanband ist aber groß, Charly. Bist du stolz darauf? Das sind alles seine Fans. Bist du trotzdem stolz darauf? Sonst würde ich Dalia nicht... Nicht? Du Scheiße! Ich hab ihn! Trägst du das süßes Merch? Vielleicht. Woran erkennt man sowas? Ob es süßes Merch ist? An dem Schriftzug. Und wer ist nicht drauf? Bei mir... Eigentlich... Kaust du da? Kannst du reden? Das ist ein anderer Pulli. Ich glaub, er hat die Sprache verloren. Findest du süßes Merch nicht schön, oder warum trägst du ihn nicht? Ich hab leider... Wenig Geld. Wenn YouTube meine ich es gut ist. Also... Für den Pulli hab ich wenig Geld. Magst du spinnen? Ich liebe ihn. Würdest du dir ein Haustier holen? So eine Spinne? Ähm... Darüber müsste ich noch mal nachdenken. So eine Spinne mit freien Haaren? Das wäre schon nice. Hat dein Fall eine Angst vor Spinnen? Sehr oft. Was macht sie denn so eine Spinne? Breakdance. Kann sie Breakdance? Sehr gut sogar. Hab ich mir beigebracht. Wie lange bist du schon mit deiner Frau zusammen? Fast... Fünf Monate. Ist er dir glücklich? Sehr sogar. Magst du dich glücklich? Sehr sogar. Beglückt sie dich? Sehr sogar. Wie bitte? Willst du das nicht beantworten? Wie bitte? Die Frage? Welche Frage? Sie dich gebückt. Er sprachlos. Weiter mit den Fragen. Bist du schon mal geflogen? Oder hast du Flugangst? Ähm... Das ist so, dass ich... Ähm... Immer Auto gefahren bin. Bist du noch eine Geflugung? Ich habe das Auto bevorzugt. Dann... Kennst du gar nicht das geile Gefühle im Flugzeug über die Wolken zu fahren? Ähm... Bald aber schon. Wohin geht's denn? Barcelona. Zu deinem Verwandten? Genau. Wann denn? Ähm... Im April ungefähr. Freust du dich da drauf? Sehr sogar. Ja. Absolut cool, ne? Bringst du ein paar Gettys für uns mit? Im Sommer? April müsste eine andere Jahreszeit sein. Gut. April ist in Spalien aber schon Sommer. So ziemlich wahnsinnig. Ein bisschen. Weiß ich gerade doch. Regnet es da? Bestimmt. Manchmal. Okay, Themawechsel. Wie ist es, um mit Cici und Charlie befreundet zu sein? Sehr cool sogar. Ja, wirklich cool. Und meine Damen und Herren, wir haben heute den Verlierer des Tages! Yes! Aber ich war eigentlich voll gut, Leute. Ja! Nein, 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 nein. Felix, ich dachte, dass du da warst. Viel, viel, viel. Servus! Felix! Ja, Leute, die Kanäle von den anderen findet ihr unten in der Infobox. Direkt erste Zeile. Ihr wisst Bescheid. Äh, falls es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen oben da, ob wir das nochmal machen sollen. Genau. Genau. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Challenge. Brrr! Ciao!